Das ist ein typischer Wald in Deutschland. Ungefähr 700 Hektar, ungefähr 70.000 Bäume. Liefert Holz, dient unserer Erholung und den verschiedensten Arten als Lebensraum. Insgesamt macht der Wald in Deutschland mit 11 Millionen Hektar ungefähr ein Drittel unserer Fläche aus. Allerdings sind in den letzten drei Dürrejahren davon auch 285.000 Hektar abgestorben und noch viel mehr leiden unter Trockenstress. Und das ist ein Problem. Nicht nur, weil sich dadurch Schädlinge besser verbreiten und potenziell noch mehr Bäume absterben könnten, sondern auch, weil der Wald damit eine wichtige Funktion für den Klimaschutz nicht erfüllen kann. Die Wälder der Erde bedecken 30 Prozent der Landoberfläche und enthalten riesige Mengen Kohlenstoff, etwa in der gleichen Größenordnung wie die Menge Kohlenstoff, die im Moment in der Atmosphäre ist. Das heißt, wir müssen alles dafür tun, dass dieser Kohlenstoff in den Wäldern bleibt und vielleicht eben zusätzlich auch noch Wälder dazu pflanzen. Das ist Andreas Huth vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und was er da anspricht, das hat mit dem Stoffwechsel des Waldes zu tun. Habt ihr euch schon mal gefragt, woher eigentlich die Masse für diese ganzen Tonnen Holz herkommt? Aus dem Boden vielleicht? Naja, da kommen eher Wasser und Nährstoffe her. Nein, die meiste Masse dieses Baums war mal in der Luft. Das ist ursprünglich CO2 gewesen. Und das hat der Baum bei der Photosynthese mit den Blättern aufgenommen und in der Biomasse eingespeichert. Der Wald ist also gleichermaßen Kohlenstoffsenke und Kohlenstoffspeicher. Und dass der Kohlenstoff da drin bleibt, das ist natürlich nicht nur für den Baum, sondern auch fürs Klima wichtig. Die Sorge ist so ein bisschen, dass wenn der Wald unter Stress gerät, also vor allem jetzt hier in Europa, dass dann eben vermehrt Bäume absterben und die Wälder deshalb Kohlenstoff abgeben. Also 2003 war zum Beispiel so ein sehr trockenes Jahr, in dem man schon hochgerechnet hat, dass eben die Wälder in Europa sich verändert haben von einer Kohlenstoffsenke, die sie normalerweise sind, in eine Kohlenstoffquelle. Das heißt, der Wald hat eine wichtige Funktion im Klimaschutz, ist aber gleichzeitig auch vom Klimawandel bedroht. Das ist also ein Hebel in zwei Richtungen. Und das hat sich auch in den letzten drei Jahren gezeigt, die nämlich deutlich trockener waren als sonst. Und man sieht daran schon, dass bestimmte Baumarten größere Probleme damit haben. Also die Fichte, die dann sozusagen gestresst war und dadurch wiederum durch die Borkenkäfer befallen wurden. Und da sieht man, dass bestimmte Waldtypen eben nicht angepasst sind an die Klimaänderung. Und dass es eben einen riesigen Bedarf gibt, herauszubekommen, welche Waldtypen aber besser mit Klimaänderungen zurechtkommen. Was könnte man da also machen? Normalerweise geht die Wissenschaft ja so dran, es einfach mal auszuprobieren. Also man könnte zum Beispiel verschiedene Waldtypen nebeneinander pflanzen und einfach mal schauen, wie die sich so entwickeln. Nur bis so ein Wald mal ausgewachsen ist, vergehen ja auch ein paar hundert Jahre. Und darum verfolgen Herr Huth und sein Team einen anderen Ansatz. Eine Art Zeitraffer. Das heißt, wir versuchen im Computer die Entwicklung von Wäldern nachzuvollziehen, um besser zu verstehen, wie Wälder zu funktionieren. Und aber auch andererseits um Prognosen zu machen, wie sich Wälder zukünftig entwickeln könnten. Die Grundidee ist erstmal, dass wir in diesen Computersimulationen die Entwicklung jedes einzelnen Baumes im Wald beschreiben wollen. Also es gibt das Wachstum dieser Bäume, es gibt Mortalität, Regeneration und dann noch Konkurrenz. Denn logischerweise konkurrieren die Bäume um Licht, um Raum, um Wasser und um Nährstoffe. Und diese Prozesse werden jetzt unter zukünftigen Klimaszenarien untersucht. Aber erstmal sind das natürlich nur rechnerische Ergebnisse. Die mögen gut gemacht sein, aber wir müssen uns ja auch sicher sein, dass die die Realität abbilden. Und darum muss das Ganze auch regelmäßig überprüft werden. Auch das wird gemacht. Also man versucht, einen Wald nachzusimulieren, der genau so existiert hat. Und wo man auch weiß, wie er sich nach zehn Jahren verändert hat und versucht, das mit dem Simulationsmodell nachzusimulieren. Und so verfeinert man dann die Parametrisierung und verbessert das Modell. Also das ist ein iterativer Prozess, immer in Wechselwirkung mit dem, was man auch im Feld sozusagen gemessen hat über diese Wälder. Das macht diese Entwicklung von solchen Waldmodellen sehr aufwendig, dass man immer wieder zeigen muss, für verschiedenste Situationen, dass diese Waldmodelle die Entwicklung des Waldes richtig beschreiben. Dazu kommt, dass man selbst heute noch nicht jeden Prozess wirklich im Detail versteht, was dann natürlich auch die Berechnung schwieriger macht. Zum Beispiel die Auswirkungen von Trockenheit auf das Absterben von Bäumen ist Gegenstand nach wie vor der ökologischen Forschung. Und wann genau ein Baum abstirbt, stellen Sie sich vor, Sie wollen vorhersagen, wann ein Mensch stirbt. Da würde man sagen, das kann man nicht. So und jetzt wollen wir für den Wald bei einer Trockenheit vorhersagen, wann sterben da Bäume ab. Dann merkt man, kriegt man schon so ein Gefühl, das kann man nur in so einer statistischen Aussage machen. Man kann das nicht für den einzelnen Baum sagen, sondern man kann sagen, im Mittel werden so und so viele Bäume. Und das macht es so herausfordernd, solche Modelle auch weiterzuentwickeln. Also das ist ein Beispiel. Es gibt andere Beispiele. Auch die Konkurrenz, auch da sind bestimmte Prozesse nicht genau klar. Aber von solchen Herausforderungen lebt natürlich auch die Wissenschaft. Denn gerade die machen es erst richtig spannend. Bleibt also noch die Frage, wie denn jetzt der Herr Huth und sein Team die Zukunftsfähigkeit verschiedener Waldtypen in Bezug auf den Klimawandel genau ermitteln. Ja, beim Forest Factory Approach verfolgen wir die Idee, dass wir im Computer eine große Bandbreite von verschiedenen virtuellen Wäldern erzeugen, die es auch in der Realität vielleicht gar nicht gibt. Also Wälder mit verschiedenen Größenstrukturen, mit verschiedenen Artenzusammensetzungen. Im Prinzip geht es darum, auch wirklich rauszubekommen, welche von den Waldtypen, die wir derzeit haben oder welche von Waldtypen, die es noch gar nicht existieren, welche kommen besser eben mit dem Klimawandel zurecht und welche kommen eher schlechter mit zurecht. Und da spielen aber eben gerade diese artenreicheren Wälder, das ist schon relativ klar, das wird sicherlich ein Vorteil sein für die Stabilität von Wäldern. Das ist nämlich einer dieser wichtigen Schnittpunkte, bei denen Artenvielfalt und Klimaschutz miteinander verknüpft sind. Verschiedene Arten sozusagen können verschiedene Rollen übernehmen im Ökosystem. Und wenn jetzt zum Beispiel wie bei der Fichte vor allem Schädlinge auftreten und es gibt nur diese eine Baumart, dann sind die Ausfälle gleich massiv. Dagegen, wenn man viele verschiedene Baumarten hat im Wald, dann fällt eben nur eine Baumart und die andere Baumarten können sozusagen den Wald trotzdem weiter erhalten. Das heißt, wir können den Wald, den wir haben, widerstandsfähiger machen, indem wir ihn abwechslungsreicher oder man könnte auch sagen natürlicher gestalten. Also verschiedene Baumarten, verschiedene Baumgrößen, Baumalter und auch Teile der Totenbäume als Totholz liegen lassen. Denn auch die sind Ökosystem für viele verschiedene kleinere Arten, die aber im großen Ganzen der Waldgesundheit eine wichtige Rolle spielen. Denn wir dürfen nicht vergessen, die ganzen wichtigen Funktionen, für die wir den Wald ja brauchen, sei das Forstwirtschaft oder Klimaschutz, Artenschutz oder auch unsere Erholung, die kann der Wald natürlich nur liefern, wenn es ihm gut geht, also wenn er gesund ist.